Hallo und herzlich willkommen auf Unboxing Zartalks. Diesmal habe ich zwei Soundtracks, die ich mir auf der Animagic geholt habe. Einmal zu Sword Art Online und einmal den Opening Song zu My Hero Academia. Fangen wir mal mit den kleinen an. Da holen wir es erstmal aus der Folie raus. Ja, so sieht das Ganze dann ausgepackt aus. Hier ist so eine Banderole noch drum. Und dann kann man das Ganze hier so aufklappen. So Papierkram drin und einmal die CD selbst, wo noch der Text steht, den ich richtig gut lesen kann. Und das hier sind vermutlich die Lyriks. Gucken wir mal, wie das Ganze ohne Einband aussieht. So sieht das Ganze ohne Einband aus. Und dann kann man natürlich nochmal den ganzen Einband zeigen. Ja, soviel zu My Hero Academia. Und hier haben wir zu Sword Art Online den Soundtrack mit Bonus-DVD. Ist er da? Der entfleucht das ein fast. Das Ganze lässt sich hier nämlich aufklappen. So, das ist so ein bisschen falsch rum. Jetzt haben wir es. Hier haben wir einmal 1 Grad. Dann Fairy Dance and Extra Edition. Phantom Bullet. Und Kalibor. Und Mauer Rosaria. Und die Bonus-DVD. Und jetzt zeigen wir das Ganze noch von der Seite. Da sind nämlich zu den jeweiligen Arcs noch die Artworks mit drauf. Ist bis jetzt halt die Komplett Edition vom Sword Art Online Soundtrack. Natürlich, wenn jetzt noch der neue Film Ordinal Scale oder eine dritte Staffel irgendwann kommt, ist er natürlich nicht mehr vollständig. Das heißt, es kann sein, dass es da nochmal eine neue Version von geben wird. Auf alle Fälle habe ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Musik zu hören. Ja, das war es auch schon wieder dazu. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.